mehr ich kann sie das hast du für die schirren auch wenn jetzt will er mich wieder Baumwollern, ist voll klar. Nee, ich trink doch lieber einen Big Ness. Weiß man ja nie. Da trifft kein... Die Waffe kann nicht mit Hatcher töten. Kann 180 machen. Und jeder hat diese Waffe. Also Big Ness braucht man. Alright, went in! Die Brote. Die Brote! Der schwока fällt. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr verrät war. Die Brote ist der Schwammel jednak ab. Ich administrierte bei den Abschluss vonavam voilà. Ich bin hier oben. Ich meinte unten. Jetzt komm ich wieder hoch. Ich bin hier oben. 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 Digger, jeder hat einen Sniper. Warum hat jeder einen scheiß Sniper? Jeder. Ich habe einen ganz normalen Setup und die Leute sind immer Sniper. Was ist mit dem los? Wie snipen die immer? Haben die eine Snipe-Krankheit? Und wer ist es denn noch wieder? Noch einer? Ja? 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 Die Leuwert nicht zu verschwinden Rocket Launcher Sohn Müll brauche ich nicht. Die Waffe ist eine Ehrenwaffe. Beste Waffe ever. Und ein Rocket Launcher gehört in die verdammte Zone. Und nicht woanders. Klar? Die Waffe ist ein neuer Rocket Launcher. Mehr nicht. Und ein Rocket Launcher kann man in die Mülltonne werfen, dann die Mülltonne in den Kompostofen reinwerfen, dann diese Mülltonne zerschreddern und dann diese Mülltonne in den Papierkorb reinschmeißen. Zuerst mal zerschreddern, dann die Einzelteile da drauf, in die Mülltonne reinpacken. Ja, Rocket Launcher ist ein Blatt Papier, würde ich sagen. Erstmal. Ich brauche keinen Bock und Wunscher. Was hilft er dir denn? Scheißdreckwürste. Nicht schlimm. Aber nee. Alter, nee. Schieß halt einfach so. Nochmal. Gehst durch die Wände halt einfach. Schieß drei, drei, drei. Das hat nur noch 38 Leben. Bam. Guck. Du triffst den Baum noch. Also wenn, aber beim Spiel, wenn du ja kämpfst, ist ja mein Spieler, ne? Oh, Bazooka. Also ich empfehle euch nicht mehr Bazooka. Wenn ihr diese Waffe könnt, dann könnt ihr, dann könnt ihr diese Waffe in die Mülltonne werfen. Nur mal zur Info. Ich benutze die Waffe, um sie in die Mülltonne zu werfen. Oh, willst du dich verstecken? Ha. Er nervt ein bisschen. Er verwirrt. Was ist wirklich, wo es ist? Er muss jetzt aber hier hoch und da geht jetzt was weiter. So. Es ist vorbei. Du. Scheiß Camper. Scheiß Camper. Scheiß Camper. F Minus. Der Test bekommt von dir ne F Minus. Das ist dir klar, du Camper. Du kriegst ne F Minus von mir. So. Der Gegner hat ne F Minus bekommen. Verliehen. Wo ist denn der Ding? So. Hier. F. Bro. F. F. Beide vom Hund ist egal. F.: Dann kann ich den Film hoch. khf. Geht um den Film hoch auf, es sind jetzt alle schützt den ganzen berg ihr kommt hier nicht hoch wenn du johann petos aus glück das gefühl ich habe gehört es ist Ey, du kleiner Loot-Geier. Hier zeige ich dir. 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 Hier zeige ich dir.